Hey Leute, ich komme gerade von der Bühne. Zum vierten Mal auf dem Summer Breeze gespielt, 30 Jahre Tankrad, aber ich glaube, das war das geilste Mal im Zelt. Nachts um zwölf, Viertel nach zwölf, eine Stunde lang gerockt. Das war so geil Leute. Viel Spaß noch und irgendwann mal hoffentlich wieder. Das war so geil. Sofiehachet Sofiehachet